Hey Leute, Alsano hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute fand die lang erwartete Präsentation des Pokémon Präsent statt. Leider gab es weder eine Ankündigung für Pokémon Let's Go noch eine Ankündigung eines Zenobi Mix. Was uns in dem neuen Spiel erwartet, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das neue Spiel heißt Pokémon Unite und ist ein MOBA-Game. Dort spielt ihr im 5 gegen 5 Modus. Das Spiel ist über mehrere Plattformen spielbar, so können Spieler zwischen der Switch und dem Handy wählen. Eure Pokémon können durch Kämpfe gegen andere Pokémon im Level steigen und können auch eine Entwicklung ausführen. Soweit bekannt ist im Moment das Ziel des Spiels die verschiedenen Plattformen der Gegner zu erobern. Auch wurden einige Szenen aus dem Gameplay gezeigt, in dem ein 5 gegen 5 Kampf stattfand. Zu meiner großen Enttäuschung wurde weder ein Let's Go Titel noch ein Remake angekündigt. Was haltet ihr von dem neuen Pokémon Spiel? Lasst eure Meinung doch mal in den Kommentaren da. Bis dahin viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.